Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Ja, die letzte Folge ist ja schon etwas her und deshalb weiß ich auch gar nicht mehr, wo wir hier dran waren, aber ich sehe schon, wir waren hier dran an der Industrie. Habe ich keinen Ton? Ah, Moment. Wo ist denn der Ton hin? Also ich... Achso. Ja gut, Musik-Lautstärke bleibt jetzt auch mal an. Oh ne, das ist jetzt zu laut für mich. Das ist immer noch zu laut, dieses Rauschen da. So. Das ist zwar auch noch zu laut, aber akzeptabel. So. Okay, ja, das ist wirklich ziemlich laut hier in der Industrie. Äh, hatte ich nicht mehr weitergemacht. So. Ja, dann können wir ja jetzt beobachten, wie es regnet. Es gab ja in der Zwischenzeit auch wieder ein paar Updates. Ruckelt das jetzt? Hm. Muss ich da jetzt wieder an den Einstellungen was ändern oder so? Normal, mittel, hoch, niedrig. Hm. Lang. Äh, ja, also da weiß ich jetzt nicht, was ich da ändern soll. Gut, okay, das Spiel ruckelt und da kann ich anscheinend nichts dran ändern gerade. Da muss ich dann genauere Optimierungen vornehmen oder einen neuen PC kaufen, aber dafür habe ich kein Geld. Äh, ja. Hier, Industrie, ne? Also, hatte ich da Gebiete festgelegt? Nein. Dann mache ich das mal. Ich glaube, die hatte ich wieder weggenommen, oder? Weil da nichts gebaut wurde. Kann das sein? So. Ja. Ich glaube, die wollen dann nicht bauen. Habe ich denn hier überhaupt alles richtig angeschlossen? Ach so, da kommen die rein. So, da so rein und da so rein und da raus und da so raus. Das ist richtig. Aber ich habe letztens irgendwann mal ein altes Video angesehen und da dann durch Zufall entdeckt, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Ich glaube, das war hier oder da irgendwo. Jedenfalls irgendwo, wo es kompliziert war. Also, die können jedenfalls nach, also nach da rausfahren. Geht das auch hier hin? Wahrscheinlich schon, ne? Äh. Ja, das geht auch hier hin. Das heißt, die können auch nach da rausfahren. Reinfallen geht von hier und von hier. Dann war es nicht da, sondern hier. Ich hatte irgendwo zwei Autobahnen miteinander verbunden. Oder das war hier, die können... Moment mal, das ist zu kompliziert jetzt. Also. Hier ist eine Autobahn und... Da. Und ich glaube, die habe ich irgendwie miteinander falsch verbunden. Nach da fahren, nach da fahren. Von da kommen. Und... Habe ich den Fehler gefunden? Weil wenn man von hier kommt... Kann man ja gar nicht darüber wechseln. Ja, das kann sein, ne? Dann ändere ich das mal eben. So, dann muss ich da drüber bauen. So, und dann... So, damit das weniger kostet. Und dann da irgendwie dran. Ja, jetzt können die auch, wenn die von hier kommen, da so rüber wechseln. Ich hoffe, das war's. Oder habe ich hier auch noch was falsch gemacht? Also, die können da hin und da hin. Und da raus. Und da raus. Da rüber. Ich glaube, das ist so sonst alles richtig. Gut, dass die sind überhaupt benutzt. Warum fahren die denn alles langsam? Also, bisher wird das noch nicht benutzt. Wieso haben wir eigentlich gar keinen Stau mehr? Außer hier. Die Straßen sind ja eigentlich relativ frei hier. Und wie sieht's mit unserem... Unseren Verkehrsmitteln aus? Hier war doch so nur... Äh... Ich glaube, die U-Bahn-Stationen, die wir da hatten, die... Oh. Das ist... Das ist immer noch so. Okay. Obwohl, das sind nicht mehr ganz so viele, oder? Die kommen aber nur von da hinten und nicht von hier. Interessant. Naja, jedenfalls regnet es heute. Und wir haben Nachfrage beim Industriegebiet, aber da wird nicht gebaut. Und ich weiß überhaupt nicht, warum. Das hier ist richtig angeschlossen. Und von da kommen auch Autos. Also scheint das ja auch richtig zu sein, oder? Hier so ein Autobahnkreuz. Da können die dann da so hinfahren. Jo. Und außerdem können die ja auch von hier kommen. Nee, das geht gar nicht. Oder? Doch, wenn die nach... Ja, das geht auch. Ja, also wieso bauen die hier nicht? Nur mal so zum Testen. Oder brauchen wir erst Strom? Strom kommt doch erst nachher, oder? Was ist da? Hier baut aber auch keiner, ne? Oder? Also sieht nicht so aus, als würde hier irgendjemand bauen. Doch, da baut jemand. Okay, es liegt also... ...an dem Industriegebiet. Die Industrie will... ...hier nicht mehr bauen. Gut, Bürogebiet kommt ja eigentlich hier hin, aber da ist schon alles voll, ne? Nee. Dann machen wir das voll. So. Ja, hier bauen die. Okay. Also Nachfrage Industrie heißt anscheinend nicht gleich Nachfrage Industrie, sondern... ...vielleicht wollen die einfach nur Büros haben. Oder wir brauchen vielleicht noch mehr Geschäfte. Da haben wir ja auch Nachfrage. Ja, dann müssen wir jetzt warten. Tja. Gut, wir bekommen immer weiter Einwohner dazu, haben aber keine Einwohner-Nachfrage. Die sollten ja eigentlich hier hinten bauen. Und da ist noch kein Gebiet festgelegt, aber die haben hier noch ein bisschen Platz. Okay, dann müssen wir also auch warten. Wie sieht es hier mit den Parks aus? Da könnten wir noch was tun. So. Ganz viele glückliche Leute. Ich habe gesagt, ganz viele glückliche Leute. Ja, okay. Hier hinten können wir auch noch was hinbauen. Hier hinten können wir auch noch was hinbauen. Hier auch. Da. Passt perfekt. Und hier. So. Hier könnten wir auch noch was hinbauen. Wie ist es denn da nicht bebaut? Einfach nur so, okay. Okay. Hier könnten wir auch noch was hinbauen. Da. Hier theoretisch auch. So. Da könnten wir auch noch was hinbauen. Und hier könnten wir auch noch was hinbauen. So. So, da könnte man auch noch was hinbauen und da könnte man auch noch was hinbauen, da auch zu den Toten hier, da können wir auch noch was hinbauen, da könnte man auch noch was hinbauen. Das ist Industrie, da könnte man aber auch noch was hinbauen, einfach nur so. Und da könnte man auch noch was hinbauen, da könnte man auch noch was hinbauen, oder, ja doch. und da können wir auch noch was hinbauen und da können wir auch noch was hinbauen und da können wir auch noch was hinbauen da können wir auch noch was hinbauen und da können wir auch noch was hinbauen so können wir auch noch was hinbauen und okay ich höre mal auf damit so aber da können wir auch noch was hinbauen und da da hier so genau noch was hinbauen ich glaube das dauert hier noch ein bisschen kann ich mich nicht auch vorspulen könnte ich theoretisch aber dann wäre die folge kürzer hier so mitten auf die straßen park wäre doch auch schön vielleicht vielleicht wie die industrie nur bauen wenn da so ein park ist dann baue ich den aber mal zu testen eher hierhin vielleicht weil die mitarbeiter da sonst nicht arbeiten wollen oder so kann ja auch sein ich baue mal ein bisschen schneller hier überall ohne zu sagen so da kann man auch was hinbauen ja da können wir auch noch was hinbauen ich glaube ich nenne die folge da können wir auch noch was hinbauen da bauen die jetzt was hin da können wir noch was hinbauen und da ja was war das für ein geräusch weiß ich gerade das geräusch aber ich habe doch gar nicht verändert was 2037 aber ich habe ein paar jahre gespielt jetzt okay habe ich gar nicht gemerkt so ja da kann auch was hinbauen ich reiß da zwar immer so ein paar gebäude ab aber das ist mir egal weil die sollen ja sowieso neu bauen ja da noch überall damit die alle glücklich sind und ich weiß zwar nicht ob das hier was bringt aber egal die sollen ja einen schönen arbeitsplatz haben so hier auch noch überall müssen wir ein paar gebäude abreißen aber stört mich nicht und wenn mich das als bürgermeister nicht stört dann mache ich das halt einfach so ja bürger umfragen kann man ja nicht machen oder geht das irgendwie ich denke nicht da können wir auch noch was hinbauen ich glaube das reicht jetzt langsam mal die nachfrage an industrie sinkt hier haben sie noch nichts hingebaut aber hier hinten beim bürogebiet dann machen wir das mal zu ende so das ist hier noch alles vorhanden und funktioniert das reicht auch noch alles aus hier könnten wir noch so ein dingeln machen so sonst noch irgendwo hier hinten ist ein bisschen knapp moment nach dass sie überhaupt sind ist keine einbahnstraße oder nicht gut und wenn ihr auf die autobahn gefahren und würden dann gar nicht zurückkommen es war ja auch sinnlos ok hier bräuchten die theoretisch noch was aber die bauern ja sowieso nicht von da ist es egal hier sieht auch noch alles in ordnung aus da sieht gut aus alles im grünen bereich und feuerwehr sieht auch alles gut aus oder ja da 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 da